Und jetzt erleben wir Irina Riesenson aus Israel, die einzige, die sich nicht aus dem ehemaligen Sowjetreich hier in dieses Finale aus eigener Kraft geturnt hat. Sie kommt aus Israel, gebürtig in Ungarn und auch sie unfassbar beweglich. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ja, schwer vorstellbar, dass das nicht wehtun soll. Irina Riesenson, die einzige, die sich als sicherlich nicht so schwierig, aber sie strahlt ja gut.